Also wir haben hier eine wunderschöne Kirche. Guckt euch die mal an. Ich geh mal hier dazwischen. So, ist echt richtig schön. Es ist offen, ja, aber ich will was anderes zeigen. Ich will das euch zeigen. Genau gegenüber. Legal Marihuana. Ich liebe das. Ich finde das. Und ein Tattoo-Laden. Also erstmal ein Paffen und dann geht es wegen dem schlechten Gewissen direkt in die Kirche. Sehr schön.